Von dieser Konsequenz des Trainings, das ganze Leben dem Kampfsport zu widmen in heutigen Zeit, das ist für mich sehr beeindruckend. Ich habe kennengelernt auf meinem Turnier-Sporten-Vokal und sensationell mit diesem Mann gekämpft habe. Also ich fand das Seminar mit Medica ja super. Gleich zu anderen Seminaren, die ich besucht hatte, ein sehr breiter Spektrum hatte. Ich habe einen riesigen Überblick von Medica ja bekommen. Am Schluss der Angriff kommt, sind aber auf der rechten Seite. Schön und inspiriert, muss man sagen. Mit dem Schwert finde ich verdammt gut. Da habe ich die ganzen Ursprünge, hast du sehr gut erklärt mit dem Kaya, wie sich das Hand in Hand entwickelt hat. Ich habe mich auch sehr gut angeleitet gefühlt von Medica ja. mir geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020